So, Moin YouTube, was geht eure Männer, wir sind wieder am Start, hier mit FIFA Corp, Opa und Fleischer sind wieder dabei hier. Sieht den Ligatitel zu ergattern, ne, Fleischer sagt mal hallo. Mahlzeit. Ne, ja. Hashtag fehlen, ich hab doch gesagt, wir sollen hallo sagen. Also, vier Spiele, vier Siege, ein Sieg glücklicher als der andere. Und jetzt facken wir einfach mit einer Fünferabwehrkette, weil wir wollen ja kein Tor schießen, wir wollen einfach 0-0 spielen, weil ein Punkt reicht ja zum Titel, ne. Aber ich mach ihn trotzdem. Ja, Traumstart, dritte Minute, Max Kruse per Kopf, Opa macht's alleine, er flankt, er köpft, er braucht den Fleischer gar nicht im Korb, siehst du so wie's aussieht, ne. Tumbelei. So, jetzt bist du dran. Ist ja, äh, ein Teamspiel. Ja, jetzt bist du dran. Hatten wir eben geklärt. Ich mach nichts mehr. Ich seh das. Hat ein Pad beiseite gelegt. Ach, hör auf. Ich drück jetzt, ich bin jetzt der Torwart. Du bist die Leni, du. Halt's Maul, du bist nicht der Torwart. Ja, aber nur, weil es im Korb-Season nicht geht. Wenn du eins gegen eins machst, dann drückst Touchpad bis der Torwart. Ja, ich weiß. Ja, das will ich ja auch. Paule da. Ja, so kann man das auslegen. Im Moment kommen sie nicht richtig durch, die Abwehr steht gut. Ja. Na, da... Ey, kommt doch alle zu mir. Alle 11 am besten. Ich bin ja gegen Gent. Oah! Oha! Gegen wen? Gegen Gent. Waaah! war jetzt die flanke kv ja wieder mal schlatscher da gibt es auch gleich noch ein kärtchen da kannst da kann es voraus geht da kann es voraus geht dass du uns wieder meine gelbe karte besorgt hat immer du bist und ja ich werde gefault und richtig die gelbe das war ein rachefaul ja warum gibt es kein geld für das rachefaul und die spieler war aggressiv man heißen die alle von burmel oder war dann hast du schon wieder gemäckert oh mein gott das glück habe ich heute toll das muss doch nicht sein ich meine die werden so gleich quitten wenn er so voll ausgehebeln wir haben sie selber oder ich spiele selber klarer elfmeter Das ist der andere Elfmeter! Tafel im Brot! Komm, Mare! Mare Felix! Was machst du dann? Ja! ja das ist der torwart den ich doch noch geil dann erst nach links gesprungen dann aufgestanden gehalten wäre ja bei fifa auch nicht das erste mal dass das passiert na ja mal schauen wie es hier weitergeht also 2 0 für uns kennt auch noch mit einem mann weniger 1 zu 2 nur noch um um oder aber lange an der gegner kommt dran um 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 hoffentlich wird diese hofmäßigkeit nicht bestraft von wem von uns ist unser beste elber schütze ein schuss ein tor der wie ich erinnere doch mal den anfang uns reicht ein 00 wir wollen kein tor schießen ach so ja 421 also ich vermute mal youtube wir können das video gleich beenden weil der gegner quittet klasse wieder hoch springen sonst wäre es abseits gewesen auch vom schiedsrichter gespannen das passive abseits weiterlaufen lassen sehr gut sehr gut vom schiedsrichter gespannen die hallo die hallo ja zu kurz die hallo schade ich dachte ja mit mir noch mal um oder so mit doppelpack so ein bisschen überfordern ja 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 sie gut aus sie lassen schönes ding linie ich habe es versucht aber falscher fuß es geht noch weiter vier minuten gibt es nicht ehrlich er auch nicht hat er noch von der mitte genommen oder auf battles war never abseits ich habe nichts ganzes so herrscht super passen die kommentare kann ich gar nicht mehr machen ja hashtag fleischer kalix such doch was auch aber das könnte gefährlich werden er lässt sein gegenspieler stehen jetzt vielleicht das Valve sagte man ich wollte daß er mich umhauen mal deswegen habe ich extra noch mal da innen gezogen oooooooooooo der war das T-lady der doppels oder der doppels ja 5 zu 1 ne dieser ginger oma normal aber man muss ja auch spektoren dass die nicht ja ohr darf sie ich will nicht gewandt die man bei mir was los was soll ich glaube ich war so ja ja eigentlich haben wir hier zwei gleich starke mannschaften aber wieder so ist im fußball das war in der tatsache die aber ich hätte den eisgall den einen mal angeschossen ja er hat ich will nicht ich will nicht mit zielhilfe wo ist die zielhilfe achta der felix macht er noch sein drittes der felix dann halbe dutzend voll nimmt ja schon fast hier hamburg gegen bayern form an ein wenig spiel das eiskalt scheinbar zu ende hat er nicht gemacht hat er nicht immer hat er nicht immer hat er nicht gemacht Hat er gemacht? Hat er gemacht. Hat er gemacht. Dreckdachs. Hä? Kann der das nicht? So. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Gut gemacht. Er hat den Ball erobert. Mit dem Ball am Fuß Richtung Gegner. Maret! Maret! Wie bald! Wie bald! Wie bald! Wie bald! Hoffentlich du wieder. Hoffentlich verkackst. Du den Hattrick. Nein! Hashtag. Hashtag. Ich gönn dir nix. Oh nein! Oh. Falscher. Er ist kaputt. Wie bald müde. Wie bald schlafen. Wie bald. Der muss doch jedes Mal nach vorne. Und dann ja wieder zurück. Jaja. Oh. Wie bald. Mit dem dritten. Doch keine Ehrenmann. So ne Abfacker. Doch. Oder sie stellen einfach um. Alles aufs Sieg. Ja sie haben ja. Ne. Okay. Ah. Schade. Ja. 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 Das kann man so sagen. Gucken wir uns das mal an. Mit dem Fleischer zusammen. Da oben sieht man fünfmal ein Zzzzzz. Ne. Und wir sind in Liga 4. Also ne. Erste Liga ist nicht mehr so ganz so weit entfernt. Ne. Den ersten Titel haben wir schon mal geholt. Wie gesagt. Wir verabschieden uns. Und lassen uns eine Bewertung da. Und wir sagen. Und tschüss. Ciao.